Die AutoHong ist eigentlich eine sehr einfache Apparatur. Ein Stecker, wie man es vom MP3-Player gewohnt ist, in den Zellarettenanzünder. Und diese AutoHong wird über das hier unten an dem Bremspedal befindliche oder befindlichen zusätzlichen Schalter gesteuert. Sprich, sobald ein Druck auf das Bremspedal ausgelöst wird, wird die AutoHong ausgelöst und somit die meisten Probleme gelöst. Das fährt sich komfortabel. Man kann sich auf die weiteren Verkehrssituationen und auf sein weiteres Fahren vollends konzentrieren. Ich möchte sie gar nicht mehr missen. Man hat die Hände frei. Beide Hände bleiben fest am Steuerrad. Dadurch, dass man ja nur mit den Füßen arbeitet. Frauen anrufen. Alles mit dem Fuß. Nix mit Köpfchen. Irgendwo in einem Qualitätsanpasser. Oder? Ja. Ganz abgefahren. Muss ich gar nicht mehr drüber sorgen. Grüne Bälle. Scheiße. Was�� Was Das war Untertitelung des ZDF, 2020